Was ist das Diffie-Hellman-Verfahren? Dass sie ein gemeinsames Geheimnis erfahren, was die beiden Kommunikationspartner hier über den öffentlichen Kanal aushandeln. Das Verfahren wurde 1976 von Diffie-Hellman und Merkel publiziert. Der britische Geheimdienst hatte wohl 1974 schon ein ähnliches Verfahren, behielt dies aber für sich und wollte das nur für die eigenen Leute anwenden. Das ganze Verfahren ist ein Ergebnis zahlen theoretischer Forschung und basiert auf einer Einwegfunktion. Einwegfunktionen, das sind ja solche Funktionen, bei denen man eine Richtung effizient berechnen kann, aber es quasi unmöglich ist, die Rückwärtsberechnung durchzuführen. In diesem Fall basiert das Ganze auf einer Logarithmenbildung in Restklassenringen, für die kein effizientes Verfahren bekannt ist. Also gucken wir uns hier etwas die mathematischen Hintergründe an. Also wir haben hier eine Zahl p, das ist eine Primzahl und zusätzlich gibt es die Zahl g, das ist eine sogenannte Primitivwurzel Modulo p. Das heißt Modulo ist ja dieser sogenannte Restklassenring, der hier verwendet wird. Und ja, dieser Begriff Primitivwurzel, der bedeutet folgendes, also wenn man jetzt ein i hat, also für jedes i, also i ist ja ein Integer, der zwischen 0 und p liegt, dann ergibt es jeweils ein k, sodass man das g hoch k dann dieses i in dem Restklassenring ergibt. Oder anders gesagt, jedes i ist als Potenz von dem g darstellbar. Diese Definition hier von der Primitivwurzel gilt für p als einer Primzahl. Ja, wir haben jetzt hier mal ein relativ einfaches Beispiel mit der Primzahl p als 7 und dem g als 3. Da kann man jetzt alle Zahlen, also die Zahlen 1 bis 6 hier als Potenzen von der 3 darstellen. Das heißt, wenn ich mir das hier angucke, hier habe ich ja die Potenzen von 3 gebildet und gucke mir diese Zahlen an, dann sehen Sie die Zahlen 1 bis 6 kommen hier jeweils vor. Also ja, wir finden hier alle 1, 2, 3, 4, 5 und 6 hier wieder. Ja, also das ist sozusagen die Basis des Verfahrens. Und jetzt geht das Ganze folgendermaßen. Alice wählt jetzt für sich im Geheimen die Zahlen p, also diese Primzahl, dann diese Primitivwurzel g und zusätzlich ein a, also eine weitere Zahl, die jetzt kleiner ist als dieses p. Und dann kann Alice für sich ein Groß a ausrechnen als g hoch a Modulo p. Dieses große a und auch die beiden anderen Zahlen p und g werden geschickt und zwar an Bob, wie schon gesagt, über den öffentlichen Kanal, der auch von beliebigen anderen Leuten irgendwie abgehört werden kann. Bob wählt jetzt im Geheimen eine Zahl klein b aus, die kleiner ist als p. und rechnet daraus ein Groß b aus. Dieses große b schickt Bob jetzt wiederum an Alice zurück, wiederum über den öffentlichen Kanal. Und Bob kann jetzt gleichzeitig noch weitere Berechnungen durchführen. Er rechnet jetzt einen kleinen k aus und dieses kleine k ergibt sich als Groß a, also sprich dem großen a, was man von Alice erhalten hat, und dem kleinen b, was Bob für sich selber gewählt hat. Das k ist hier dann das gemeinsame Geheimnis, denn auch Alice kann entsprechende Berechnungen durchführen und dieses kleine k ausrechnen. Nämlich dann verwendet sie das große b von Bob und das kleine a, was sie selbst gewählt hat, und erhält so das k. Ja, wenn Ihnen das jetzt nicht ganz offensichtlich ist, warum diese k auf beiden Seiten identisch sind, dann kann man sich hier nochmal die mathematische Umformung ansehen. Also das ist hier das kleine, die Berechnung von kleinen k auf der Seite von Alice. Hier wird jetzt einfach die Definition von dem Groß b eingesetzt und dann ist es so, ein Modulo, den kann ich jetzt hier zwischenzeitlich schon mal machen oder ich kann den auch nur ganz am Ende machen. Das wird hier jetzt entsprechend halt durchgeführt, dass man das Modulo p hier an der Stelle quasi wegnimmt und dann formt man das Ganze so um, das g hoch b a ist dasselbe wie g hoch a b und aus dem Teil kann man jetzt wiederum zusätzlich so ein Modulo p hier einfügen und den Bereich, der hier in Klammern steht, ist dann das große a. Das heißt, hier hat man das k, was auf der Seite von dem Bob hier berechnet wurde. Ja, insgesamt kann jetzt halt ein Überwacher p, g, Groß a und Groß b aufzeichnen und dennoch ist aber eine Berechnung von a, b oder insbesondere dem k praktisch unmöglich dann, weil man kein effizientes Verwarnen kennt, um so einen Logarithmus im Restklassenring zu bilden. Damit ermöglicht das Verfahren, ein gemeinsames K-Heimnis zu vereinbaren und dieses kann man dann für den weiteren Datenaustausch verwenden. Insbesondere bietet es sich an, wenn das kleine k dann ein Schlüssel ist und dieser Schlüssel in einem symmetrischen Verschlüsselungsverfahren, wie zum Beispiel dem AIS, dann verwendet wird. Ja, man kann sich jetzt hier so ein Beispiel mal anschauen und wobei das Beispiel hier nur mit sehr kleinen Zahlen arbeitet, normalerweise hätte man da mehrere hundert Stellen, die hier vorkommen würden. Also hier gibt jetzt Alice vor, dass p als 13, also die Primzahl als 13 und die Primitivwurzel als 2. Alice wählt dann für sich aus das a und Bob wählt das kleine b. Alice kann dann das große a ausrechnen, Bob wiederum das große b und die tauschen ja die entsprechend dann hier aus und dann rechnet Alice halt das groß b hoch klein a, gibt hier die 7 und b, also Bob führt auch eine entsprechende Berechnung durch, von groß a hoch klein b gibt auch 7 und ja, so ist die 7 hier das gemeinsame Geheimnis, was ausgerechnet wurde. Und insgesamt ist es halt so, auch wenn ich g, g hoch x und g hoch y kenne in so einem Restklassenring, dann ist trotzdem das g hoch xy nur schwer zu berechnen oder äußerst schwer zu berechnen, sodass man das halt dann nur alle Möglichkeiten irgendwie durchprobieren kann. Was man jetzt hier beachten muss bei dem Diffie-Hellman-Verfahren ist, dass es eine Möglichkeit für solche Man-in-the-Mittel-Angriffe so weit doch bestehen, wenn Angreifer nicht nur in der Lage sind, passiv den Datenverkehr mitzulesen, sondern das Ganze auch aktiv zu verändern. Also gucken wir uns hier jetzt folgendes Szenario an. Also Alice möchte jetzt hier eigentlich mit Bob so ein Geheimnis vereinbaren und schickt dann, dann war ja der Schritt sozusagen, dass Alice dieses Groß A hier losschickt. Das Ganze wird aber jetzt von Mallory abgefangen und verändert. Mallory schickt jetzt hier ein Groß M los in Richtung Bob und hat jetzt halt da dieses Groß M ausgerechnet auf der Basis von einer Zahl klein m, die Mallory dann bekannt ist. Wenn Bob jetzt hier antwortet, dann geht die Antwort halt auch an den Netzüberwacher Mallory und so ist es halt jetzt zu einem Schlüsselaustausch gekommen, aber der Schlüsselaustausch hat jetzt stattgefunden zwischen Mallory und Bob, wenn man sich das insgesamt anguckt hier. Und dann macht Mallory aber noch weiter und schickt auch das große M an Alice. Das heißt, hier hat man jetzt auch einen Schlüsselaustausch. Das heißt, Alice und Mallory haben jetzt ein gemeinsames Geheimnis und Mallory und Bob. Aber das ist ja nicht das, was man eigentlich haben wollte, dass Alice und Bob ein gemeinsames Geheimnis haben. Das heißt, man muss jetzt hier noch mehr machen. Wenn man die Authentizität hier sichern will, muss man noch zusätzlich mit solchen Zertifikaten arbeiten. Sonst kann es halt sein, dass man sehr sicher kommuniziert, aber halt leider dann mit dem falschen Kommunikationspartner. Bei dem Diffie-Hellman-Verfahren ist es ja soweit so, dass man nur ein Geheimnis austauschen kann, aber nur nicht irgendwelche Nachrichten. Und da gibt es dann eine Variante, die L-Gamal-Variante, mit der man auch einen Textblock direkt hier verschlüsseln kann. Das sieht man so, hier muss ein C ausgerechnet werden, in den dieser Textblock Z hier mit eingeht. Und ja, auf der Empfängerseite kann das Ganze dann hier wieder rückgängig gemacht werden. Sehr praxisrelevant ist jetzt der Punkt hier unten, nämlich dass man den diskreten Logarithmus noch austauscht durch elliptische Kurven. Das heißt, dass das so Berechnungen sind auf elliptischen Kurven. Und dieses Ganze gilt heutzutage noch als sicherer als dieser diskrete Logarithmus und wird bei SSL-TLS bevorzugt dann. Außerdem hat man hier den Vorteil, dass man weniger Bits bei den Parametern braucht. Während zum Beispiel man jetzt bei dem Diffie-Hellman-Verfahren schon 2048 Bits benötigt, also weniger Bits müsste man heutzutage schon als unsicher ansehen, kommt solche elliptische Kurven-Diffie-Hellman-Verfahren soweit auch mit 224 Bits aus und gelten als sehr sicher.